Ich wollte hier und dann erst einmal schauen, ob ich Korb in den Lärm bin. Ja. Lärm kann doch wieder. Das hat ja nichts mit irgendwas zu tun. Lärm ist mal schnell oder langsam, das ist anwesend. Aber wie musst du nur sagen? Dränen. Ja, Dränen, Spielen, alles. Aber wenn's einfach wäre, wäre es ja einfach. Einfach, Feuer! Was? Wo soll der noch? Ja. Ja. Na ja, was müssen wir sagen, wenn im März das zweite Heimspiel der Saison stattfindet? Ja. 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 Das ist blöd, das ist krass, genau. Ja! Boah! Ja! Zurück! Komm her! Komm her! Komm schon her! Ja, gut so! Boah! Jetzt breite ich ab. Jawoll! Ja! 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 Das ist jetzt das zweite Tour in der alten Zeit. Oder sogar schon das dritte. Das sind auch solche Dinge. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Schön. Warum muss man da die Felder so wegfallen? Ich verstehe das nicht. Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Ja. Ja. Schön war der. Ja, das ist gut. Na ja, na ja. Na ja, der ist gut. Ja. Ja, der ist gut. Na ja. Ja, der ist gut. Na ja. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Oh, für den Nächsten. Wieder ein wenig an der Zwocken. Ich denke, das ist auch meiner Meinung nach. Ja. Oh. Boah. Ja! 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 Von rotigkeit. Ja, ja. Wieder, wieder. Aufmerksam. Ja. Ja! Seel! Hoi! Jetzt! Ah ja! Sauber! Oh, der Boll ist weg! Ja, wer noch den aufgeschossen hat, muss ihn holen! Ganz einfach! Oh, der Paul! Ja! 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 Ja, los! Sauber! Das war jetzt schon der dritte, glaube ich, hintereinander. Grün! Wo ist der Paul? Oh, oh! Genau! Mach das einmal auf! Da hast du recht! Noch gar nicht! Das ist der Paul. Das ist der Paul! Da ist der Paul. Das ist der Paul! Na, Mai! Ach, neuer Hände! Das ist der Peuge. Ja! Ah, ja, uah. Was ist los? Ja, hat er recht. Na ja, freilich. Oh, ja. Ach, Gott. Ja, das war auch. Ja, das hätte ich. Na ja, jetzt kann ich noch laufen lassen. Ich weiß, ich mache es da im Haus. Da ist er. 20 noch. Na ja. Na ja, drauf. Oh, das ist auch noch. Oh. Na ja. Da ist auch eine Ahnung, dass wir es sogar viel zu haben. Ich habe immer noch ein Ur. Gut, wir kommen dann. Ja, ich mag. Ja, ich mag. Bravo! Wenn ihr das Sushi machen wollt. Vielen Dank.